1974 hat der Club of Rome gesagt, die Ressourcen dieser Welt sind endlich und sie werden in den 2000er Jahren aufgebraucht sein. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Aber diese Vorhersagen haben uns aufgerüttelt und wir tragen dazu bei, dass diese Schöpfung bewahrt wird. Hoffentlich. Dieses Kunstwerk, die Glasarche, was bei uns in Cuxhaven am Wattenmeer steht, sie soll uns daran erinnern, dass wir diese Welt bewahren sollen. Und gleichzeitig, naja, dass wir diese Welt in der Hand halten, das soll dieses Kunstwerk sagen. Ich finde es aber überheblich, weil wir haben nicht diese Welt in der Hand. Diese Welt liegt in Gottes Händen. Und das bedeutet, wir haben Hoffnung, weil Gott sie bewahrt. Aber wir sollen unseren Anteil leisten. Aber eben nicht in Panik, sondern in Zuversicht unseren Anteil leisten und die Hoffnung behalten, dass Gott die Welt bewahrt und wir unseren Beitrag leisten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017